Willkommen zurück, wir sind beim Heilsplan, inzwischen bei Matthäus angekommen, Matthäus 19. Die ganze Situation spitzt sich langsam zu, es wird deutlich, Jesus ist der Messias, aber vieles wurde noch nicht erkannt. Ich nehme da 19, Vers 16. Siehe, einer trat zu ihm, der sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Ja, der hat irgendwie gemerkt, Jesus hat dann noch eine Komponente, die man so im Alten Testament nicht hat. Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Ja, aber hat Gott nicht den Menschen als gut geschaffen? Ja, der Mensch ist gut, aber veränderlich gut geschaffen. Gott alleine ist unveränderlich gut, Gott braucht sich nie zu verändern. Darum gibt es da doch noch einen Unterschied zwischen Gott, der gut ist, und der Mensch, der gut geschaffen wurde. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Er fragt noch so, welche? Ja gut, Jesus zählt auf. Das sind jetzt alles Zitate. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ehre Vater und Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, das sind einige der zehn Gebote. Achte darauf, hier steht, du sollst nicht. Das ist hier jeweils ein Imperativ, eine Befehlsform. Ich sage das darum, weil man zuweilen auslegt, dass im Alten Testament, 2. Mose 20, bei den zehn Geboten, man auch mit der Futurform übersetzen könnte. Das wäre tatsächlich grammatikalisch richtig. Also, du wirst nicht morden, du wirst nicht Ehe brechen. Gramatikalisch ginge das, aber das würde jetzt nicht übereinstimmen damit, denn da müsste jetzt auf Griechisch ja auch die Futurform stehen. Es ist aber ein Imperativ. Und darum müssen eben auch die zehn Gebote im 2. Mose 20 als Imperativ verstanden werden. Wir haben das auf Deutsch dasselbe. Wenn wir ganz einen scharfen Imperativ geben, sprechen wir auch in der Futurform. Du wirst mir das nie mehr machen. Dann ist es ein überstarker Imperativ. Und darum in dem Sinne auch im Alten Bund. Also nicht, dass man dann sagt, wenn wir ganz in Gott sind, dann würden wir die Gebote automatisch halten. Das stimmt zwar, nach 1. Timotheus 1,9 dann, aber im Alten Bund war das Gesetz nicht in dem Sinne gegeben, sondern da war die absolute Forderung, damit das Volk erkennt, man kann sie nicht halten. Gut, er kommt jetzt da, Vers 20 sagt, das habe ich alles gehalten. Das ist typisch alttestamentlich, man macht es nur äußerlich. Und die Person, ja, die hat wohl tatsächlich noch nie Ehebruch betrieben, hat tatsächlich wohl noch nie einen Menschen umgebracht. Aber wir haben es ja in der Predigt gesehen, Jesus geht auf die Gedanken. Und gedanklich hat er die Gebote eben auch schon gebrochen. Das wollte Jesus ihm zeigen, du, das vom Herzen hast du noch nicht. Darum hat er ihm dann gesagt, verkauf für alles, gib es den Armen, dass er ins Eigentliche hineinkommt. Nicht, dass jetzt das Verkaufen Gebot ist für alle, das ist diese punktuelle Situation, aber Jesus möchte nicht nur das Formal äußere. Weil er aber viele Güter hatte, wollte er dann eben doch nicht. Und darauf möchte Jesus hinaus. Folge ich Jesus von Herzen? Ist es freiwillig? Ist es von innen her? Oder rein im alttestamentlichen Sinne von außen? 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Ach weh. Naja gut, das Finanzielle muss ja auch aufgehen. Jesus aber sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der, wird zum Teil mit Wiedergeburt übersetzt, aber eigentlich bei der Neuschöpfung. Also nicht, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, sondern dann, wenn das neue Reich dann auch im äußeren Sinne anbricht, wenn Jesus wiederkommt. Werde bei der Neuschöpfung, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf den zwölf Stämmen und richten die zwölf Stämme Israels. Also da wird jetzt der Blick ganz weit genommen. Im Alten Testament steht relativ wenig von dem, was nach dem Zeithalter der Gemeinde dann ist. Also mit dem Gericht und die Herrlichkeit und die Braut und so weiter. Da ist im Alten Testament sehr wenig. Das Alte Testament zielt primär auf das erste Kommen Christi ab. Und jetzt durch das Neue Testament wird der Blick weiter geäußert. Was ist dann Christus? Kommt ein zweites Mal wieder und wird dann dieses Reich aufrichten mit eben den zwölf Stämmen Israels zusammen. Also, die Perspektive wird immer grösser. Kapitel 20, Vers 13 Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden über einen Silbergroschen? Der Zusammenhang ist der, dass die Arbeiter im Weinberg gearbeitet hatten, einige schon am Morgen um sechs. Und dann kam er um die neunte, also um dritte Stunde, es ist neun Uhr morgens und dann am Mittag und so hat er noch weitere Arbeiter reingeholt und mit all denen hat er abgemacht, einen Silbergroschen. Jetzt einige, die kamen um die elfte Stunde, die hatten nur noch eine Stunde gearbeitet. Und jetzt hatten die, er hat begonnen mit dem, der nur eine Stunde gearbeitet hat, hat er, die, die jetzt zwölf Stunden gearbeitet hatten, dachten, sie würden mehr erhalten. Und jetzt sagt er eben Jesus, wir sind doch eins geworden für einen Silbergroschen. Das war der normale Tageslohn. Bist du mit mir nicht einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Siehst du Schäl drein, weil ich so gütig bin? Und jetzt die Zusammenfassung, so werden die Letzten, also die Heiden, die Ersten sein. Also das, was eigentlich die Juden gehabt hätten, dass sie die Ersten gewesen wären, sind jetzt plötzlich die Heiden. Und die Ersten werden die Letzten sein. Das heißt, es ist Gott, der beruft, Menschen zu sich nimmt. Und jetzt dieser Silbergrosche, das ist das ewige Leben. Und ob jetzt jemand lange gläubig war und Gott dienen konnte, oder eben lediglich eine Stunde gearbeitet hat, spielt keine Rolle. Der Schecher am Kreuz hat überhaupt nichts mehr für Gott in dem Sinne tun können, ist trotzdem, er hat das ewige Leben. Und darum, da gibt es nicht mehr oder weniger. Beim Preisgericht werden wir mehr oder weniger erhalten, aber was das ewige Leben betrifft, haben alle dasselbe. Entscheidend ist, bin ich bei Gott angestellt oder eben nicht. Also Gott ruft, das kann ich letztlich dann nicht selber bestimmen, was Gott im Himmel tut, aber ich kann mich dann eben einklinken. Das ist dann das Entscheidende. Siehst du so schildrein, weil ich so gütig bin? Oder der Mensch rechnet? Aber Gott ist gütig und gibt auch solchen, die wir menschlich nicht berücksichtigen würden, die bekommen eben trotzdem. Also, Römer 9,21, kommt das auch ein bisschen zur Geltung. Warum macht es Gott so nicht anders? Ja, Gott kann mit dem, was ihm gehört, machen, was er will. Die ganze Schöpfung kommt ja von Gott. Darum kann er auch bestimmen und niemand kann sagen, das hättest du nicht dürfen, weil der Mensch hat ja alles von Gott erhalten. Der Mensch hat ja nichts dazu beigetragen. 18. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geiseln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. So, jetzt ist es sehr deutlich. Was ist jetzt der Fahrplan, der da in den nächsten Tagen dann kommt? Die dritte Leidensankündigung, voll messianisch. Ja, dann Kapitel 20, Vers 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld oder als Lösung für viele. Auch da voll messianisch natürlich sein Sterben. Wir werden das im Zusammenhang mit der Christiologie genau ansehen. 21. Ja, jetzt gipfelt es. Jetzt kommt dieses nach Jerusalem. Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und zugleich werdet ihr ein Esel angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Jetzt kommt die große Verheißung. Das merkten jetzt die Leute. Jetzt kommt Jesus und reitet auf einem Esel und die Leute merken, ah, jetzt, jetzt bricht das Reich Gottes an. Das heißt dann 4. Das geschah aber, dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Das ist Jesaja 9, 9. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Aber jetzt war es klar. Der, der auf dem Esel sitzt, das ist der Messias. Jetzt kommt Jesus, reitet nach Jerusalem auf dem Esel. Das Volk hat sofort begriffen. Jawohl, das ist jetzt der Messias. Jetzt wird er in die Burg Antonia gehen. Jetzt kommt ein Blitz vom Himmel oder was auch immer. Jetzt werden die Römer alle tot umfallen und jetzt wird Jesus das Reich auf dieser Erde, zumindest in Israel, aufrichten. Jetzt haben wir endlich das Ziel erreicht. Die Jünger haben das dann gemacht. Vers 8. Aber eine sehr große Menge bereitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vor ihm herging, und nach Folge schrie und sprach, Hosianna dem Sohne Davids. Also eben dem Messias. Man hat das gesehen, aus 2. Samuel 7, 16, dass das ja der Sohn Davids ist. Gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Also, gewaltig. Jetzt wird sich äußerlich das Reich erfüllen. Die Enttäuschung war dann umso grösser, als es eben nicht gekommen ist. Wir kennen die Geschichte der Emmausjünger, die ganz verzweifelt waren, weil es nicht so gekommen ist. Das Volk hat das äußerlich interpretiert, dass das äußere Reich kommt. Sie hatten einen politischen Messias erwartet. Aber es ging nicht um einen politischen Messias, sondern Jesus baut ein geistliches Reich auf. Er hat nicht die Römer umgebracht, sondern umgekehrt die Römer hatten ihn umgebracht. Ja, da fällt das ganze theologische System der Juden zusammen. Aber das war natürlich auch die Absicht Gottes, denn sie sollten einen neuen Weg finden, verbinden, nämlich von Herzen her begreifen, was hat denn das alte Testament wirklich gesagt. Eben nicht nur äußerlich buchstäblich nehmen. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Ja, die Römer hatten das gesehen. Wenn da so eine riesige Menschenmenge kommt, jetzt müssen wir da das Volk unter Kontrolle behalten. Ja, da wollte man ja live dabei sein, wenn jetzt da der Blitz vom Himmel kommt, oder wie auch immer dann. Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jetzt endlich kommt dieses Reich. Ja, es war auf diese Art und Weise nicht gekommen. Ja, er nimmt dann in Vers 17 oder Vers 16 noch Psalm 8, Vers 3 auf. Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob zubereitet, dass auch das wird auf diese Situation hier beim Esel beim Einmarsch, bei der Tempelreinigung, die dann folgt, bezogen. Vers 18. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nie mehr wachse Frucht auf Tieren Ewigkeit, und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Hosea 9, Vers 10 spricht er von Israel gleich Feigenbaum. Also wenn er jetzt da von dem spricht, meint er die Juden, das Volk. Er sieht also äußerlich zwar die Blätter, bezieht jetzt aber diesen Baum auf Israel. Jetzt verflucht er ihn. Warum? Weil er suchte Frucht, und er hat an Israel keine Frucht gefunden und darum wird jetzt der Alte Bund aufgelöst und gleichzeitig der Neue entsteht. Das heisst nicht, dass das Volk als Volk abgeschüttelt wird, verflucht wird und die Gemeinde würde an Stelle kommen, sondern der Rest Israels kommt ja dann rüber in die Gemeinde. Also es geht nicht darum, dass jetzt das Alte Testament irgendwie abgeschoben wird oder das Volk Israel nicht mehr Volk Israel wäre, aber nur die, die sich zu Christus bekehrt haben, werden in diesem Reich Gottes sein. Die grosse Nachfolgerschaft, die einfach nur äußerlich Jesus nachgefolgt sind, die sind dann eben nicht dabei. Also es geht nicht um eine Ersatztheologie, dass die Gemeinde Israel ersetzt, sondern jetzt im Neuen Bund ist egal, ob aus jüdischem oder aus heidischem Hintergrund, alle gehören zusammen. Die Bekehrung, die Rechtfertigung ist das entscheidende Kriterium. Nie mehr wachse von dir Frucht in Ewigkeit und der Feigenbaum verdorpt ist sogleich und die Jünger, die dann fragten, was ist denn eigentlich los, ist ein Gleichnis auf Israel. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Jesus überträgt das. Die Heiden, die hatten Nein gesagt zu Gott, als sie es denn aber inne wurden, hatten sie doch den Willen getan. Und die stehen besser da als die Juden, die äußerlich gesehen zwar Ja gesagt hatten, aber vom Herzen eben nicht. Sie sprachen der Erste. Jesus sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Also die, die man gerade ausgestoßen hatte, die Heiden, die sowieso Sünder sind, aber eben auch die Juden, die da mit den Römern dann kollaboriert hatten, wie die Zöllner oder eben die Ehebrecher. Also alle die, die man sowieso nicht drinnen haben wollte, die kommen hinein, weil sie merken, ich bin Sünder und ich brauche Jesus. 32. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm, und obwohl ihr es sah, der reute es euch nicht so, dass ihr ihm dadurch geglaubt hättet. Die hatten gesehen, was Jesus getan und gemacht hatte, und hatten sich trotzdem nicht zu Christus umgewandt. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo das Maß der Sünde voll war, und darum dann eben das Gericht 70 nach Christus gekommen ist. Also nicht ein Gericht über irgendwelche Leute, sondern um die, die ein Höchstmaß an Erkenntnis über das Reich Gottes gehabt hatten und trotzdem nicht umgewandt sind. Wir hatten ja Matthäus 12, 31 im Zusammenhang mit der Sünde gegen den Heiligen Geist schon gesehen. Das nimmt es da ja in dem Sinne wieder auf. Ja, dann noch so ein Gleichnis. 33 hörte ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weihberg und zog einen Zaum herum und grub einen Kälter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als um die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seinen Knecht zu den Weingärten, damit sie seine Früchte empfingen. Dann nahmen die Weingärten seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie sie, den dritten steinigten sie. Das war Israel im Alten Bund. Die Propheten kamen und hatten gesagt, handelt richtig. Also sie hatten durch Abraham und Mose viel erhalten. Gott hat sich dann aber insofern zurückgezogen, dass die großen Zeichen und Wunderer nicht mehr da waren, aber die Propheten hatten klar die Botschaft reingeredet, aber die wollten von den Propheten nichts wissen. 36 Abermals sandte er andere Knechte mehr als die ersten und die Taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen. Dann ist der alte Bund zeitlich zu Ende und jetzt schickt er zu Israel Jesus als Messias. Und sagt sich, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärten den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns bringen. Oder da sind sie übertragen, die Pharisäer, die dann Jesus ans Kreuz schlugen. Und sie nahmen ihn und stiessen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Jesus ist ja außerhalb Jerusalems gestorben. Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, also das Kommen zum Gericht, 70 nach Christus, was wird er mit diesem Weingärtner tun? Sie sprachen zu ihnen, er wird den Bösen ein Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weinbärtern verpachten, die ihm ihre Früchte zur rechten Zeit geben. Das ist dann eben die Gemeinde. Da können auch Juden dabei sein. Entscheidend ist, dass man bekehrt ist. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, also der Stein ist Jesus, Israel hat Jesus verworfen, der ist zum Eckstein, also zum Torbogen, der oberste Stein dort geworden. Also dort wird jetzt alles getragen. Jetzt kommt dieses neue Reich. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor euren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen. Also, 70 nach Christus, der alte Bund geht zu Ende. Brandopferaltar ist nicht mehr da, sie hatten keine Vergebung der Sünden mehr. Und einem Volk geben, das seine Früchte bringt. Das ist die Gemeinde. Wer auf diesen Stein fällt, wird er zerschellen. Wer auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Also der alte Bund mit den Leuten, die es hätten wissen können, aber sich Jesus nicht zugewandt hatten, die werden die entsprechende Strafe erhalten. 22 noch so ein Gleichnis. Jesus fing an und redete abermals in Gleichnis zu ihnen und sprach, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Oder das ist dann die Situation, die dann kommt. Jesus, der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut. Also das ist das Fernziel. Jetzt wird das vorbereitet. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen, doch sie wollten nicht kommen. Das war das alte Israel. Die waren gerufen, Gott wollte mit ihnen den Weg gehen, sie wollten nicht. Abermals sand der andere Knechte aus und sprach, sag den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen, seine Knechte verhöhnten und töteten sie, also die Propheten, die sogar verfolgt wurden. Sieben, da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Das war dann eben 70 nach Christus, die Römer, der Tempel wurde dann verbrannt. Dann sprach er zu seinen Knechten, das sind jetzt die Christen. Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht ihr hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Das ist jetzt die Weltevangelisation, die Gemeinde, die heute am Laufen ist. Und die Knechte gingen auf die Strasse hinaus und brachten zusammen alle, die sich fanden, böse und gute. Also eben nicht nur, wie es Israel gedacht hatte, nur die sogenannten Gerechten, sondern eben alle Heiden, die Sünder. Und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Also das ist dann das Ziel, wohin wir steuern. Elf, da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzusehen und da sah er einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, was natürlich eine große Beleidigung war in der Kultur, und sprach zu ihm, Freund oder Genosse, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Es war eben nur ein Mitläufer. Äußerlich hat es richtig ausgesehen, innerlich aber eben nicht. Und er verstummte, da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füßchen, werft ihn in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Oder immer dasselbe Begriff im Zusammenhang mit den Pharisäern. Das heisst, es reicht nicht, wenn man nur einfach an Gott und an die Bibel glaubt und weiss, dass man Sünder ist. Wenn man einfach von anderen profitieren will. Es braucht die Bekehrung. Mitläufer sind am Schluss nicht dabei. 14. Denn viele sind gerufen. Also der Ruf, hineinzukommen, das ist ja unsere Evangelisation, die geht an viele. Aber wenige sind auserwählt. Das ist dann letztlich der Teil von Gott. Also wir haben einen menschlichen Teil, die Evangelisation, respektive der Mensch, der sich bekehrt. Und wir haben einen göttlichen Teil, Gott, der beruft und zieht. Es hat dann Vers 24, dann nach 5. Mose 25, das ist jetzt nicht direkt messianisch, sondern ist einfach ein Gesetz, das aufgenommen wird. Ich nehme Vers 29, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Oder die Juden hatten eben das Gesetz nur äußerlich gehabt und hatten darum die Schrift nicht richtig ausgelegt. Denn, in der Auferstehung werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sind den Engeln gleich. Die wollten Jesus natürlich eine Falle stellen, wenn man doch, wenn die Frau gestorben ist, dann die zweite Frau nehmen kann, bis sieben Frauen, sagen die da, ja wer ist dann im Himmel, dann wirklich dann die richtige Frau. Jesus sagt, ja im Himmel sind wir wie die Engel, dann sind die Familienbanden, wie wir sie da haben, gar nicht mehr da, denn die Ehe ist ja gemäß Epheser 5, 32 ein Abbild zur Beziehung zu Gott. Und darum ist das eben nur ein Abbild, das ist dann im Himmel nicht mehr da, darum werden auch die Ehe und Familienverbindungen im Himmel so nicht mehr da sein. Sondern sie sind wie die Engel im Himmel, habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist, von Gott, der das spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Isaks und der Gott Jakobs. Sehe gleich, das sind nicht die Pharisäer, sondern die Sadduzäer, denn die hatten ja bestritten, dass es eine Auferstehung der Toten gäbe. Und jetzt kommt da 2. Mose 3, dass Gott eben der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs ist und das jetzt als Begründung nimmt, dass Gott eben ein Gott der Lebenden ist. Also die sind dann im Himmel und werden in Ewigkeit auch dort sein. Ja, dann noch das grösste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und grösste Gebot. Also eben nicht die einzelnen äußerlich, sondern es muss letztlich von Herzen sein. Alle Gebote zusammengenommen ergeben eben diese Liebe und darum ist die Liebe der Maßstab, ob man wirklich das Gebot gehalten hat. Es kommt also nicht nur darauf an, ob ich ein Gebot gehalten habe, sondern auch warum. Ist es wirklich aus Liebe? Dies ist das grösste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, ähnlich hatten wir es in Matthäus 7, Vers 12 schon gesehen. Das Gesetz und die Propheten alles gipfelt in der Liebe. Also eine ganz neue Art, die Gesetze eben auszulegen. Es muss von Herzen und von innen her kommen. Ja, dann die Diskussion über den Davids Sohn. Auch da kommt in Vers 24 ein Psalm 110, eins zum Tragen. Ich nehme noch Kapitel 23 dazu. Vers 23 Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Krümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun, also den Zehnten bezahlen, aber jenes nicht lassen. Es ist nicht falsch, das Gebot zu halten, aber wenn es dann nur das Äußere ist, ohne dass man begreift, um was geht es dann eigentlich, dann hat man das Gebot eben nicht gehalten. Lieber nicht ganz genau jetzt das Gartenkrümchen da noch verzehnten, aber dafür eben Barmherzigkeit und das Recht. Das ist dann wichtiger. Also das Gesetz ist immer für den Menschen, ist zum Leben gegeben. Und wenn man gescheitert ist, dann ist es da, dass man erkennt, man ist zündig und braucht Jesus. Das ist die Ausrichtung der Gesetze und nicht nur das Äußere halten, das man Leute erdrücken kann. Oder wehe euch, das sagt er nur zu den Pharisäern, und Schriftgelehrten, das heisst, das sind die Leute, die es hätten wissen können, zum Volk sagt er das nicht, denn die hatten diese Erkenntnis nicht. 25. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen sind sie aber voll Raub und Gier. Also wiederum, das Äußere war da, aber Gott schaut auf das Innere, ist es echt, ist es Liebe, ist es von Herzen. 27. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller Toten, Gebeine und lauter Unrat. Da schiesst Jesus, jetzt, wo es auf das Ende zugeht, jetzt spricht er Klartext. Die Leute hatten genügend Zeit, die Botschaft zu hören und zu verstehen. Ja, 34. Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, aber, die wurden eben getötet. Also, selbst jetzt, wo die Gemeinde, ich denke, das ist ein Vers jetzt auf die Gemeinde, wo die Gemeinde, jetzt auch die Juden noch evangelisiert, viele sind trotzdem verfolgt worden. Ja, bis dahin, denn ab 23,37 kommt dann die sogenannte Endzeitrede und das ist sehr komplex, da nehme ich dann einen eigenen Blog dafür. Schön, dass du da mit dabei warst, in diesem Schnellzugstempo da die messianischen Texte anzusehen. Bis dann wieder, ich hoffe, es hat dir geholfen.